So, hier ist Bad Preisek auf dem Rheinradweg. So, hier ist Bad Preisek. 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 Ägypten No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Hier steht jetzt Botenwelle. Die ganze Zeit sind Botenwellen. Nicht nur gerade hier. Ja. Aber ich habe Rückenwind. Das ist schon mal... Super Auf der anderen Seite geht auch ein Radweg her. Oh 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist die schöne Kirche von Leubsdorf. Die ist sehr schön. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Da muss ich rein, da ist die Landskrone, da ist die Ahr. Da fahre ich jetzt die Ahr hoch. Untertitelung. BR 2018 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 So, das ist jetzt Sünzig. Vor mir ist jetzt die sehr schöne Kirche von Sünzig. Vor mir ist jetzt die sehr schöne Kirche von Sünzig. Untertitelung. BR 2018 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 Das ist die Ahr. Da ist die Ahr. Harmlos plätschert sie dahin. Das ist jetzt eine Bärsbrücke. Das ist jetzt eine Bärsbrücke. Das ist jetzt eine Bärsbrücke. So, jetzt fahre ich über die Ahr rüber, weil der Radweg jetzt hier nicht mehr weiter ist. Das ist jetzt eine Bärsbrücke. 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 Das ist eine Bärsbrücke. Das ist eine Bärsbrücke. Das ist eine Bärsbrücke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020